König Charles sagt, er sei nach der Krebsdiagnose durch wunderbare Botschaften zu Tränen gerührt worden. König Charles hielt sein erstes persönliches Treffen mit Premierminister Rishi Sunik seit seiner Krebsdiagnose ab. König Charles gab zu, dass die wunderbaren Nachrichten, die er nach seiner Krebsdiagnose erhielt, ihn zu Tränen rühten. Seit seiner Krebsdiagnose hielt der Monarch seinen ersten persönlichen Geheimrat und eine Audienz bei Premierminister Rishi Sunik im Buckingham Palace ab. Ich habe so viele wundervolle Botschaften und Karten erhalten, dass es mich die meiste Zeit zu Tränen gerührt hat, sagte der König zu Herrn Sunik und versicherte ihm, dass das Land vollständig hinter ihnen steht. Seine Majestät war heute zurück in London, nachdem er sich in Sandringham, dem königlichen Landsitz in Norfolk, etwa 100 Meilen von der Hauptstadt entfernt, erholt hatte. Er wurde wegen seiner Erkrankung ambulant in London behandelt, fühlte sich aber auch gut genug, um an einigen persönlichen Treffen teilzunehmen. Es wird angenommen, dass seine Majestät am Dienstag von Norfolk nach Clarence House zurückreiste, um sich seiner nächsten Behandlungsphase zu unterziehen, da er heute Nachmittag, Mittwoch, den 21. Februar, aus seinem Haus in London vertrieben wurde.Bislang scheint er mit seinem Zustand gut zurecht zu kommen, da er und Königin Camilla beim sonntäglichen Gottesdienst in St. Mary Magdalene auf dem Sandringham-Anwesen abgebildet sind. Wenige Tage nach der Veröffentlichung einer Erklärung, in der seine Krebserkrankung bestätigt wurde, veröffentlichte der König seine eigene Dankesbotschaft an alle, die ihm alles Gute gewünscht hatten. Er sagte, ich möchte mich ganz herzlich für die vielen unterstützenden Nachrichten und guten Wünsche bedanken, die ich in den letzten Tagen erhalten habe. Wie alle, die von Krebs betroffen sind, wissen, sind solche freundlichen Gedanken der größte Trost und die größte Ermutigung. Es ist ebenso ermutigend zu hören, wie das Teilen meiner eigenen Diagnose dazu beigetragen hat, das öffentliche Verständnis zu fördern und ein Licht auf die Arbeit all jener Organisationen zu werfen, die Krebspatienten und ihre Familien im Vereinigten Königreich und auf der ganzen Welt unterstützen. Punkt meine lebenslange Bewunderung für ihre unermüdliche Fürsorge und Hingabe ist durch meine persönliche Erfahrung umso größer. Punkt Charles wurde dafür gelobt, dass er so offen mit seiner Krebsdiagnose umgegangen ist und andere dazu ermutigt hat, ihre eigenen Symptome zu untersuchen, obwohl immer noch nicht genau bekannt ist, an welcher Art von Krebs er leidet. Man geht davon aus, dass seine Prognose gut ist und er seinen normalen königlichen Pflichten so weit wie möglich nachgekommen ist, alle öffentlichen Auftritte jedoch vorerst verschoben hat. Der König erhält immer noch jeden Tag die roten Kisten seiner Regierung, die 365 Tage im Jahr außer am Weihnachtstag und am Ostersonntag geliefert werden, und er hat mit dem Premierminister telefoniert. Adrian Carter, Expertin für Körpersprache, wies darauf hin, dass der König in guter Stimmung zu sein schien und sich amüsierte, als er in der Kirche gesehen wurde. Sie sagte dem Daily Star, König Charles sieht aus, als würde er sein Bestes geben und der Welt zeigen, dass es ihm gut geht. Sein Lächeln erinnert eher an echte Freude als an ein höfliches, geselliges Lächeln. Alles in allem sieht es so aus, als ob er die erste Behandlungswoche gut übersteht.